DNA heißt, so arbeiten, dass Unternehmenserfolg mit Freude verbunden wird, leistungsorientierte Bezahlung, zeitadäquate Technologien richtig genutzt. Das ist ein ganz entspringender Punkt. Wir haben alles und können viel tun, aber wir wissen auch immer nicht ganz genau, was wir waren, mit welchem Werkzeug tun. Das unabhängig von Ort und Zeit, flexibel und in flachen Strukturen, ganz ein großes Wort, Vertrauen, Vertrauen statt Kontrolle und in einem Ambiente, das Produktivität, Kreativität und Innovation fördert. Das ist so in wenigen Worten das, was wir darunter verstehen. Die hierarchische Organisationsform ist nicht mehr in der Lage, das notwendige Ausmaß an Innovationen, das benötigt wird, herzustellen. Ich habe Ihnen hier ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht von einer weltweiten Umfrage bei 32.000 Mitarbeitern und aus der kann man erkennen, dass eigentlich nur mehr 35% der Mitarbeiter engagiert sind. Der Rest will, aber schafft es nicht, beziehungsweise hat auch überhaupt kein Interesse mehr. Und die These ist hier, dass das etwas mit der Hierarchie zu tun hat, mit der Art und Weise, wie die Hierarchie uns nutzt, beziehungsweise die Fähigkeiten, die wir haben. Diese neue Art der Produktion hat ganz gewisse Merkmale und Sie erkennen schnell, dass die völlig unterschiedlich zur Hierarchie sind. Viele dieser P2P-Produktionen haben sowas, wir nennen das Antikredentialismus. Klingt sperrig, aber es ist eigentlich ganz einfach gemeint. Sie können dazukommen, wann Sie wollen, wie Sie wollen und egal, welche Ausbildung Sie haben. Und es ist eine sehr ausgesprochene Meritokratie, auch wieder ein komischer Begriff, aber im Endeffekt ist es egal, was Sie studiert haben, wie Sie aussehen, wie Sie heißen. Es zählt nur in solchen Situationen, was Sie gemacht haben. Und das wird wieder evaluiert von anderen Peers. Und wenn die der Meinung sind, das ist gut, dann kommen Sie in der Organisation weiter. Es zählt nicht, was Sie studiert haben, es zählt nicht Ihr Zeugnis, es zählt nicht Ihr Aussehen, Ihre Haarfarbe, Ihre Hautfarbe, völlig egal. Vielen herzlichen Dank. Wie heißt es schon? Content is King, haben wir auch gerade gehört. Aber Engagement is Queen, habe ich unlängst auch bei einem Vortrag gehört. Und es geht jetzt auch um Ihr Engagement und um die Diskussion. Dass anscheinend in vielen Unternehmen noch keine Lösung da ist, zeigt sich auch am Karlsplatz, wenn man da entlang geht und schaut, wie viele Österreicher mit ihrem Job eigentlich unzufrieden sind. Und diese Zahl läuft, kann ich Ihnen sagen. Also es ist keine statische Zahl. Als ich sie gesehen habe, ich weiß jetzt nicht genau, entspricht das ja fast jedem Zehnten in Österreich. Also da ist dann schon noch was zu tun und da ist es nicht damit getan, zu sagen, ja, das wird sich schon irgendwie hinschaukeln. Das ist nicht einfach wie immer, dass da eine neue Generation jetzt mit tollen Ideen kommt und die muss sich erst mal die Hörner abstoßen, weil das haben wir ja auch alle gemacht und dann erst mal gelernt, wie so eine Organisation funktioniert. Sondern sie sagt, es ist auch nicht nur der Fachkräftemangel, der im Grunde jetzt die ältere Generation zwingt, sich auf die Jüngere einzulassen. Es ist drittens eine Wertekollision, die hier stattfindet, weil diese jüngere Generation, die fordert eine Work-Life-Balance ein und sie hat erstmalig die Chance, die auch zu bekommen, weil sie keinen Anpassungsdruck verspürt. Die haben auch wenig Lust, wenn das nicht läuft in dem Unternehmen und wenn das auch von der Arbeitsstimmung nicht funktioniert, dann gehen die einfach, weil die wissen, sie kommen auch woanders unter. Das heißt, wir müssen uns einfach auch darauf einlassen und wir müssen überlegen, ob wir nicht selber auch Vorteile haben, wenn wir so arbeiten wie Sie. Das Projekt zeigt eigentlich sehr schön, dass ich glaube, dass wir diese neue Arbeitskultur nicht im Büro lernen können. Nicht in einem Büro, was nach wie vor so aussieht, wie wir es uns immer noch in den Köpfen haben und wie es immer noch neu auch immer wieder gebaut wird. Sondern diese Bereitschaft, einander zuzuhören, voneinander zu lernen, geht nur an einem Projekt, das hat mit Arbeit zu tun, durchaus, aber nicht in diesem Umfeld. Wir müssen raus aus diesem Ganzen, was uns an ein Büro erinnert, es in ein anderes Umfeld treiben. Und wenn es in Richtung Abfüllung geht, geht die Schlagzahl dann schon viel, viel höher. Wenn wir eben Ausstoßspitzen haben, Änderungen in den Bestellungen, kann es eben sein, dass man von einem Produkt auf das andere schnell umswitchen muss und da muss es eigentlich dann schnell gehen, die Informationen eben an die Mitarbeiter, an die Linie runterzubringen. Wenn man oben jetzt erstmal, sag ich mal, in der Materialwirtschaft und in der Technik und der Personalplanung erst anfangen würde, E-Mails zu schreiben und sagen, hast du die Leute zur Verfügung, hast du das Bier zur Verfügung. Wir haben also ein Büro, wo eben alle Abteilungen auf Zuluf miteinander reagieren können. Da kommt der eine her, ich brauche mehr helle Dose, 24er-Tray. Er sagt, okay, wir haben das Bier da, wir haben das Material. Und dann wird es relativ schnell entschieden und mündet aber trotzdem wieder in einen schriftlichen Auftrag dann für die Mitarbeiter. Aber diese schnellen Entscheidungen müssen eigentlich in dem Team getroffen werden. Wir haben auch ein Großraumbüro. Wir haben den Newsdesk, so nennen wir ihn, dort, wo der Chef im Dienst sitzt. Der Chef im Dienst ist der verlängerte Arm des Chefredakteurs für die Tagesproduktion. Und wir haben die Ressorts um diesen Newsdesk angesiedelt, um eben die Kommunikationswege sehr kurz zu halten. Und bei uns gibt es auch so Übergaben zwischen dem Frühdienst und dem Spätdienst. Wenn diskutiert wird, du bitte schau, was heute in Lampedusa zum Beispiel noch alles Schlimmes passieren wird, um sich da auszutauschen. Und das zu verschriftlichen, das wäre einfach unmöglich. Wir haben so viele Informationen, die wir abgleichen müssen, dass wir es einfach auf mündlicher Basis machen, was wesentlich effizienter ist. Da wäre das Digitale viel langsamer. Gut, bei Wissensarbeitern, die vielleicht quer über den Globus verteilt sind, ist das Digitale natürlich eine Beschleunigung. Ja, aber es gibt das Telefon, also das ist immer noch schneller, als eine E-Mail zu schreiben. Und das hat den Vorteil, man kann nachfragen und kritische Nachfragen auch stellen. Ist die Geschichte wirklich wert, auf die Seite 1 zu kommen zum Beispiel? Von der Fehlerkultur ist es mittlerweile schon so, dass die Leute das zugeben. Mir ist, glaube ich, was passiert, das war übrigens so ganz in Ordnung. Die sperren dann die Chargen. Ich sage auch immer, lieber eine Charge mehr sperren, die auch in Ordnung ist im Nachhinein dann, als eine zu wenig. Aber das Vertrauen braucht man erstmal, dass man eben nicht gleich beim ersten Fehler gleich eine richtig drüberdassiert bekommt, weil im Nachhinein ist man sowieso immer schlauer. Man kann sagen, ja, ich hätte das eh anders entschieden. Aber wenn der Mitarbeiter aus seiner Warte raus sagt, okay, aus den Gründen habe ich das jetzt so entschieden. Und wenn man am nächsten Früh kommt und sagt, naja, hast du das und das noch bedacht? Sagt er, eigentlich nicht, dann bitte beim nächsten Mal mitentscheiden. Wenn die Lernkurve nach oben geht und wenn nicht dreimal der gleiche Fehler fahrlässig passiert, ist es bei uns so, dann ist es ja eine Weiterentwicklung für den Mitarbeiter und für uns auch. Aber es hat vier, fünf Jahre gedauert, bis wir eben auch das Vertrauen der Mitarbeiter hatten, dass sie auch zu uns kommen und sagen, mir könnte was passiert sein. Manchmal sogar leichter bei einem Startup, wie wir vorher gehört haben. Sie haben das erst in die andere Richtung bringen müssen. Welche waren die Faktoren, die uns wirklich ausgemacht haben? Und auf die möchte ich ein bisschen eingehen. Vieles wird gar nicht neu sein, aber ich möchte nur sagen, hätte man das nicht gemacht, hätte man nicht überlebt. Und ich sage immer noch, wir sind ein Startup. Also überlebt haben wir erst, wenn es uns in zehn Jahren noch gibt. Das Wichtigste war immer, Felix Baumgartner hat es eh vorgemacht, eine Idee zu haben und, 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 das hat jeder. Das Wichtigste ist zu springen. Bei uns ist es immer so, ich sage immer zu den Leuten, wenn es etwas ist, vor dem wir alle Angst haben, ist es vielleicht gut. Und die zweite Sache ist immer, die ich immer so zu meinem lieben Team sage, weil viele Leute sagen oft, mein Gott, das ist ein Risiko, das haben wir noch nie gemacht. Dann sage ich, ja, vielleicht sind wir echt die Ersten, die es einfach machen. Und das ist eine Denkweise, die sich bei uns komplett durchzieht. Durch jeden Einzelnen. Jeder, der bei uns anfängt, der muss so denken. Geht gar nicht anders. Das Zweite ist, ich bin zwar der Chef dort, aber ich bin sicher nicht der im Unternehmen, der quasi jeden Monat die meiste Kohle bekommt. Das ist nämlich deshalb, ich versuche Leute um mich herumzuholen, die Experten sind oder die selber Experten werden wollen in einem Bereich. Die Wahrheit ist einfach, ich versuche Leute um mich herumzuholen, die einfach besser sind als ich in jedem Bereich. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, wo das für den Chef unmöglich gewesen wäre. Ich meine so, und der besser ist als er, ich muss zugeben, würde ich das nicht tun, wären wir tot. Ich bin kein Experte, das habe ich vorher gesagt, ich habe eine Idee gehabt, aber die Idee ist ein Prozent von etwas. 99 Prozent ist Execution und Umsetzung. Das schafft man nicht allein. Und bei uns weiß auch, jeder, der bei uns neu anfängt, muss einen Schreibtisch selber zusammenbauen. Das sieht man da oben. Das ist extrem gut, um die Leute mal ganz runterzuholen, wirklich und zu sagen, herrscht, wir sind alle gleich. Fehlerkultur, 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 über das redet jeder Mensch. Die Wahrheit ist, wenn Sie einen Fehler machen in einem Team von zehn Leuten, ist das echt fantastisch, wenn Sie es allen mitteilen. Weil das bedeutet, dass es neun andere nicht mehr machen. Wir haben auch keine Urlaubsbeschränkung. Also wir haben, als ich damals gesagt habe, mir ist es wurscht, ob einer drei Monate in Urlaub geht oder eine Woche, haben mich alle komisch angeschaut. Schaut man sich aber, also bei uns haben wir so ein eigenes Tool, schaut man dort rein, nach eineinhalb Jahren sieht man, keiner hat das ausgenutzt. Intern arbeiten wir mit sowas wie, ähnlichem wie Facebook, dafür gibt es irrsinnig viele Lösungen. Bei uns heißt es halt Podio, aber da geht es darum, da kommt das Wissen rein. Und die Leute sind wirklich dazu angehalten, ihr Wissen da reinzutun. Wenn es einer nicht macht, echt, also da bin ich dann stinksauer. Weil es ist einfach so, ich selber, ich könnte jetzt rausgehen und ein Ziegelstein fällt mir am Kopf. In dem Fall, derzeit wird die Firma wahrscheinlich stehen. Und das darf nicht passieren. Und eines der wichtigsten Sachen für uns sind unkomplizierte Lösungen. Ich habe in so vielen Konzernen gearbeitet, wo unkomplizierte Lösungen immer so abgetan wurden als Kinderkram. Die Wahrheit ist, wir könnten es uns gar nicht leisten, auf Sachen zu setzen, die zu kompliziert sind. Weil wir müssen schnell reagieren. Es muss passen, es muss voll praktisch sein. Und nicht für jede Person ist jede Lösung gleich. Und eine Sache, die verdammt wichtig ist, ist, wenn wir sehen, dass es nicht funktioniert, muss es sofort austauschbar sein. Und für die Sachen, die richtig kritisch sind, ist es bei uns intern komplett normal, per SMS sich Freigaben zu holen oder wirklich jemanden so zu kontaktieren. In der Firma, wo ich früher war, war es so, oh Gott, du schreibst dem Chef eine SMS. Boah, das darfst du gar nicht. Ich kann es kurz einhaken, weil wir vorhin gesehen haben, dass 29% interne Social Cooperation Plattformen irgendwie als nicht wesentliche Herausforderung verstehen. Oder 9,3% auf die Frage, was steht auf der Agenda, was wir angehen, Microblogging angehen. Und das steht in keiner Korrelation, was ein bisschen auch zeigt, dass das alles noch irgendwo, auch im Kontext der Begrifflichkeiten, keinen wirklichen Boden gefunden hat. Ja, die Frage, die uns auch sehr interessiert hat, natürlich, Thema Organisationsentwicklung als Menschen oder Berater, die sich natürlich mit der Zukunft auch von Hierarchien beschäftigen. Viele unserer Kunden sind ja auch, sagen wir, traditionelle Hierarchien, sind herkömmliche Hierarchien oder hierarchische Organisationen ein Auslaufmodell. Es ist auf der einen Seite mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit, aber auch verbunden natürlich mit einer anderen Form von Kontrolle, mit einer anderen Form von Überwachungsmöglichkeit, mit einer anderen Form von ständiger Erreichbarkeit. Und das wird eine der Kernfragen sein, wie Organisationen und Personen mit dieser Form der eigentlich ständigen Interaktion und auch dieser ständigen Möglichkeit der noch stärkeren Überwachung, was jemand macht, eigentlich anfangen werden. Weil bis jetzt ist, wenn jemand am Schreibtisch gesessen ist, war ich weniger überwachbar, was er tatsächlich inhaltlich tut, als wenn alles, was jemand macht, elektronisch oder auch digital nachverfolgbar ist. Es gibt ein Projekt und es gibt Kompetenzen. Und irgendjemand nimmt die Aufgabe, ein Team zu bilden. Und der geht dann sehr wohl auch sehr dynamisch damit vor und lässt sich auch nicht vorschreiben, wen er jetzt da in sein Projekt nimmt, sondern kann immer mehr und mehr eigentlich frei aus einem Pool von Kompetenzen, die wo immer auf dieser Welt sind, Menschen in sein Projekt ziehen. Also ich würde das jetzt einmal nicht im Kontext der Studie, sondern im Kontext der bisherigen Erfahrungen, also es geht absolut dorthin, dass eine Aufgabe nicht mehr in dem Teil kontrolliert wird, zu sagen, das machst du mit dem, sondern such dir, wen du willst dafür. Du hast dieses Budget, du hast diesen Rahmen, du hast vor allem diese Zeitachse dafür und ich sage es einmal ein bisschen so drauf, mach wie auch immer du das möchtest. Wir haben auch seit kurzem eingeführt, das Thema Bring Your Own Device. Als wir noch eigene PCs hatten, haben wir natürlich alle unsere eigene Markennamen verwendet. Mittlerweile haben wir keine PCs, wir sind ja schon seit einigen Jahren und wir sind ja auch Fans von anderen Produkten. Es muss ja einiges getan werden zum Thema Arbeitszeitflexibilisierung, damit wir als globales Unternehmen das wirklich voll ausschöpfen können. Ich meine, wir bieten an, dass die Leute zu Hause, von zu Hause aus arbeiten können, wenn sie zum Beispiel Präsentationen schreiben, kreativ denken müssen, Sachen umsetzen wollen. Es wird aber nicht genutzt. Und es wird aus einem sehr schönen Grund nicht genutzt. Sie sagen mir einfach, wir wollen, wie uns gefällt es hier, wir haben Spaß an der Arbeit, wir mögen unsere Kollegen und da findet natürlich ein sehr reger Austausch statt. Heißt natürlich nicht, wir haben auch Leute, die mal am Nachmittag nach Hause gehen und da arbeiten, aber es ist nicht regelmäßig. Das ist oft jetzt von der Praxis getreten. Wir haben ja zum Beispiel in ganz Österreich Verkäufer auch, die schon von Natur aus Mobile Office haben und Home Office und die viel Einzelkämpfer sind und wir haben da Microblocks eingerichtet, wo sich diese Einzelkämpfer täglich gegenseitig austauschen können über ihre Erfolgserlebnisse oder Frusterlebnisse berichten und das ist oft wahnsinnig wichtig, weil der Partner zu Hause ist wahrscheinlich nur begrenzt interessiert dran. Wir haben dazu beispielsweise auch einen Tag fixiert, am Montagvormittag, das ist der sogenannte Freiraum, wo niemand Termine ausmacht, wo wir alle im Haus sind und wo man weiß, dass man auch kurzfristig Meetings einberufen kann. Das mit dem zentralen Standort hat ja einen anderen Sinn und das hängt auch mit dem neuen Arbeiten zusammen. Radio, Fernsehen und Internet wächst ja zusammen. Als ich beim Radio begonnen habe, haben wir mit Bandmaschinen gearbeitet und die Fernsehleute haben ihre Kassetten durch die Gegend getragen und dann haben die Onliner den Computer gehabt. Aber heute hat ja Radio, Fernsehen und Online exakt die gleichen Arbeitswerkzeuge. Es ist völlig unerheblich, ob Sie auf Ihrem Arbeitsplatz mit Ihrem Laptop Audio, Video schneiden oder in einer Online-Story arbeiten. Es macht daher keinen Sinn, dass ein Medienhaus wie der ORF in Wien drei Standorte aufrechterhält. Und deshalb bin auch ich nicht Feuer und Flamme, dort wieder zurückzuziehen, aber eigentlich ein Stück weit auch doch, denn so etwas ist ja auch immer eine Chance, das gleich wieder alles neu und noch besser zu machen. Und auch wir haben in den letzten 15 Jahren dazugelernt. Wir haben Desksharing seit vielen Jahren, aber das macht man heute gescheiter, als wir es gemacht haben damals. De facto ist bei uns der Umzug jetzt eine Maßnahme, die wir treffen, weil wir unsere Unternehmenskultur ein Stück weit weiterentwickeln gerade, sehr intensiv. Und ein Umzug bzw. einfach ein Wechsel der Belegschaft in andere Räumlichkeiten, in eine andere Architektur, in einen anderen Raum ein Stück weit auch stellvertretend dafür steht, dass wir uns eine neue Form geben wollen und dass wir auch eine neue Art und Weise der Zusammenarbeit im Unternehmen kultivieren, üben und auch räumlich umsetzen. Nur diese flexiblen Arbeitszeiten machen nicht das DNA aus. Da steckt schon viel, viel mehr dahinter, bis hin zu einem kulturellen Wandel in der Organisation. Und da kommen wir jetzt wieder abschließend auf das, was Sie gesagt haben. Das muss man sich halt sehr, sehr gut überlegen, wie weit man da geht, wie reif die Organisation jetzt schon ist. Zwei Themen, die da immer beschäftigen, sind zunächst einmal die Personalkosten. Das sind lauter sehr unerfreuliche Themen, sich damit befassen zu müssen, Personalkosten zu optimieren. Aber da gibt es noch etwas Zweites und das sind Facility-Kosten, die nämlich unmittelbar danach kommen in der Kostenstruktur. Und wenn man davon ausgeht, dass dieses Thema DNA darauf abzielt, dass die Generationen der Zukunft mobil und flexibel arbeiten wollen und das bedeutet, dass es unmittelbare Auswirkungen auf Facility und optimierte Kosten hat und man zur gleichen Zeit Personal damit produktiver machen kann, dann ist das etwas, was durchaus in unsere Hände spielt. Das heißt, dieses Thema mobiles und flexibles Arbeiten erfüllt vielerlei Zwecke. Und zum Zweiten, und das ist die Frage, die Sie vorher angesprochen haben, wir sind bekannt dafür, dass wir Toner auf Papier bringen, das heißt Papier beschmutzen und Informationen darauf bringen. Und das machen wir seit Jahren recht erfolgreich. Das Problem ist, dass wenn diese junge Generation der Wissensarbeiter in Unternehmen eintritt, dann werden wir keinen Job mehr haben, weil niemand mehr Papier als Informationsträger braucht. Und damit sind wir gezwungen, uns auch Produkte und Dienstleistungseitig zu verändern und nutzen einfach das jetzt im internen Betrieb, was wir zukünftig auch an den Markt bringen. Das ist natürlich dann schon auf der einen Seite ein Riesenvorteil, wenn man wirklich so nahe am Produkt ist und das erlebt. Auf der anderen Seite ist es eine Situation, die auch dazu geführt hat, dass man den Scham der 60er in unseren Räumen irgendwo verspürt hat. Und das prägt auch die Denke und das prägt auch das Arbeiten. Und wir haben uns sehr, sehr gut angeschaut, wie kann ein Büro ausschauen, das ein Schritt in die, ich sage mal in die Gegenwart, vielleicht nicht in die Zukunft, aber in die Gegenwart ist und das uns vom Arbeiten her neue Möglichkeiten liefert. Und auch, ich glaube ein neues Büro ist immer die Chance, dass Sie auch anders denken, anders an die Dinge herangehen. Der Raum schafft auch die Wirklichkeit, schafft auch Ideen, wie geht man an Sachen heran. Und da glaube ich, ist es ein Befreiungsschlag, dass wir aus den bisherigen Räumlichkeiten noch rauskommen. Ein Umzug, das ist, wenn Sie so wollen, eine Stellvertreterübung. Aber es ist eben eine kulturelle, oder es ist eine Maßnahme, die sehr stark mit dem Finden und den Formen einer neuen Unternehmenskultur einhergehen muss. Wir reden sehr viel, ich bin sehr offen, aber es ist unsere Unternehmenskultur global. Ich sage immer, wenn ich mit meinen Mitarbeitern rede, auch mit neuen Reden, mit Kunden rede, für uns das Schlimmste oder für mich persönlich auch das Schlimmste, wenn jemand sagt, stell keine Fragen, mach es einfach. Also wir als globales Unternehmen haben wirklich diese Kultur, ständig Sachen zu hinterfragen. Das verlangen aber auch unsere Kunden von uns. Mir gefällt das sehr gut, wie das bei Microsoft gelöst ist. Da hatte ich einen Geschäftstermin jetzt an um 10, da bin ich einfach schon früher hingefahren, weil ich wusste, die haben so einen halböffentlichen Bereich, da kann ich dort schon in Ruhe arbeiten. Weil die haben wenigstens WLAN und auch diese, naja, übrigens das war eh dann schwierig mit dem WLAN-Code. Die ITler nehmen immer alles so ernst. Jedenfalls, ich habe mir das leichter vorgestellt, da wäre ich doch ins Café gegangen. Aber ich will damit nur sagen, diese Flächen zu öffnen, halböffentliche Flächen auch zu machen, wo man sich mit externen auch mal schnell gemütlich zusammensetzen kann, wo noch nicht dieses ganze Ritual mit Eintritt, Zutrittskarte, also diese Sicherheitszonen zu verschieben. Ich würde differenzieren zwischen singulärer Wissensarbeit, das heißt, wenn sich der Herr Berger hinsetzt und versucht, etwas zu entwickeln, und kollaborativer Arbeitssituation. Und das Büro aus meiner Sicht in Zukunft ist kollaborativer Working Space, also wo mehrere Menschen miteinander unternehmensübergreifend arbeiten, weil ich der Meinung bin, dass Wissensarbeit, nämlich reine Wissensarbeit, ich mit mir selbst außerhalb des Büros stattfinden wird, weil man dort viel kreativer ist. Ich selbst aus meinem Arbeitsalltag habe zu 95 Prozent Meetings und komme gar nicht zu dieser Wissensarbeit, die ich vorher angesprochen habe und bin wahrscheinlich drei bis vier Mal kreativer, wenn ich nicht im Büro bin, um diese durchzuführen. Also ich glaube, dass Bürokollaborationsraum für mehrere Menschen ist. Es geht nicht um einen Abbau von Hierarchien, es geht um einen intelligenten Umbau von Hierarchien. Und gerade junge Menschen fordern das viel stärker noch als sogar mittlere oder ältere Generationen ein, dass sie einen Platz finden im Unternehmen, weil sie sich dadurch auch damit identifizieren können. Und wir sind eigentlich, das ist eine Beobachtung, die ich mache, gerade in Bezug auf die jüngeren Mitarbeiter als Führungskräfte viel mehr gefragt als früher. Der Hang zur Mobilität. Eines, was meine Tochter mir auch mit auf den Weg gegeben hat, ist, dass Papa, ich habe dein ganzes Leben, dein ganzes Berufsleben, seitdem ich auf der Welt bin, mehr oder weniger mitbekommen und ich sehe, wie du um sieben, halb, acht in der Früh von zu Hause weg hektisch fährst und um zehn in der Nacht oder um acht nach Hause kommst, von deinem Familienleben eigentlich wenig hast. Das will ich nicht, mich interessiert das überhaupt nicht. Ich möchte dort arbeiten und dann arbeiten, wenn ich am produktivsten bin, aber sicher nicht jeden Tag am selben Ort. Ein Trend zur Nachhaltigkeit. Und mit Nachhaltigkeit meine ich nicht nur Green IT, sondern es geht sehr wohl darum, und Länder wie Korea machen das vor, die sagen, wir müssen sogar mobil und von zu Hause arbeiten, weil der Verkehr und das Aufkommen von CO2 einfach nicht mehr managbar ist. Wo alles das, was wir bisher gemacht haben und womit sich diese 110.000 Mitarbeiter beschäftigt haben, einfach nicht mehr existieren wird. Wo es darum geht, mobil und flexibel am Strand oder wo immer auf der Almhütte zu arbeiten und wo moderne Technologien, wie sie heute schon alltäglich sind, Cloudboards, überhaupt cloudbasierende Lösungen das Arbeitsleben dominieren. Wir müssen uns selbst verändern, damit unsere Mitarbeiter diese Reise überhaupt nachvollziehen können und verstehen. Wir führen eine Erfolgsmessung durch und schauen genau, was bringt es an Kosteneinsparungen, wie geht es den Mitarbeitern dabei, leidet die Produktivität oder geht die Produktivität nach oben und diesen Reference oder Showcase dann auch weiterzugeben an Unternehmen, die Erfahrungen weiter zu kommunizieren und nicht zuallerletzt auch die eigene Kostenbasis vor Ort zu verschlanken. Das Büro spielt eine wichtige Rolle und setzt einen wichtigen, wahrnehmbaren Startpunkt, es ist ein lauter Startschuss und plötzlich im neuen Büro alle chatten, alle nutzen den Präsenzstatus. Chat ist super in und zwar durch alle Generationen hindurch. Das heißt, die Arbeitsweisen haben sich über Nacht jetzt verändert, weil alle gemerkt haben, Präsenzstatus ist wirklich etwas Tolles, wenn man über, wenn man in neuen Arbeitsweisen, wenn man neue Arbeitsweisen adaptiert, denn was auch die zweite große Neuerung war mit dem Einzug, hast du bekannt gegeben, ab jetzt dürfen alle Mitarbeiterinnen mobil arbeiten und das ist genau die Erklärung und das war die große Innovation, alle Mitarbeiterinnen ab sofort mobil und das hat dazu geführt, dass so eine Technologie plötzlich in den Vordergrund trat und extrem wichtig wurde. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir alle Zimmer oder Büros des Managements aufgelöst haben. Das heißt, es gibt kein einziges Teammitglied des Managements, das ein dediziertes Büro hat, wie es überhaupt von diesen 60 Mitarbeitern nur mehr drei gibt, die einen territorialen, also einen fixen Arbeitsplatz haben. Alles andere sind mobile Arbeitsplätze. Wir haben für 60 Mitarbeiter 33 Möglichkeiten des Arbeitens eingerichtet, wobei das nicht bedeutet singuläre Arbeitsplätze, sondern es sind Teamräume und zusätzlich haben wir sechs Besprechungszimmer für dieses Büro, das ungefähr 350 Quadratmeter umfasst. Wir haben derzeit zwei Tage definiert, wo nahezu alle Mitarbeiter im Büro sein sollten und müssen, wir wollen den sozialen Kontakt jedenfalls am Aufrechterhalten und wir müssen lernen, wie diese neue Welt des Arbeitens sich auf dem Zusammenhalt vor allem zwischen den älteren Generationen der Mitarbeiter und den jüngeren auswirkt, weil dort sehr wohl teilweise noch Lernpotenzial besteht, wie man mit diesen sozialen Kollaborationstools umgeht und haben davor in Arbeitsszenarien gedacht und gearbeitet. Das heißt, wir sind mit jedem Mitarbeiter hergegangen, haben uns einen Kalender angeschaut, jeder Eintag im Kalender ergibt ein Arbeitsszenarium, haben ihn gebeten, uns zu sagen, welche Tools er heute verwendet, um es abzubilden und haben ihm genauso gesagt, wenn du dir vorstellst, du hast alles an Technologie, was es gibt auf der Welt, wie könnte es in Zukunft aussehen? Und dementsprechend haben wir dann Handbücher erstellt, die jedem Mitarbeiter helfen, diese Arbeitsszenarien mit den modernen Mitteln, so wie wir sie heute bezeichnen würden, abzubilden und das wird jetzt ein permanenter Lernprozess sein, optimiert damit umzugehen und damit diese neue Welt des Arbeitens Realität werden zu lassen. Kinder spielen gern stille Post, aber warum spielen die das gern? Also da geht es eigentlich nicht darum, dass man jemandem von der Nähe ins Ohr hauchen kann, das macht vielleicht auch mal Spaß als Kind, aber es geht eigentlich darum, dass sie ein Geheimnis verraten können. Sie haben was, was nur sie wissen und das können sie jemand anderes weitergeben, flüstern, so dass es kein anderer mitbekommt und haben dadurch diesen Spannungseffekt, irgendwie was Besseres zu sein, was zu wissen, was ich dem anderen geben darf und der schätzt mich dadurch, dass ich das ihm weitergegeben habe. Und wer das Spiel kennt, weiß, wie das ausgeht, meistens kommt am Ende was anderes raus, es geht über mehrere Ketten, zehn Mitspieler hat man so meistens und dann kommt am Ende irgendein Kauderwelsch raus und alle Kinder sind glücklich. Viele Firmen spielen aber auch oft stille Post. Und dann bin ich nachts, ich neige so ein bisschen zu Übertreibung und Sarkasmus, das gebe ich jetzt vorweg mal, bin ich wach geworden und habe gedacht, eigentlich ist das, wenn wir jetzt Social Media betreiben, ist das, was sie da sehen und was wir bisher gemacht haben, asozial. Warum ist das asozial? Asozial ist das aus dem Grund, weil immer der, der höher steht, entscheidet, was der andere wissen darf. Das asozial. Erschreckender Gedanke, ich habe dann lange überlegt, ob ich das hier wirklich erzähle, aber ich kann leider nur ehrlich und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das wirklich so ist. Wir schaffen uns Sicherheit und Inseln und Führungskompetenz dadurch, dass wir anderen Sachen nicht zur Verfügung stellen. Das ist völlig falsch. Und wenn ich in meinen eigenen Alltag gucke, ich schaffe es nicht mal, meine 15 Mitarbeiter zu informieren über das, was in meinem Kopf rumgeht und was da weiter passiert. Wenn ich das poste, und das mache ich sehr gerne von der Autobahn aus dem Zug oder sonst irgendwo, das reicht denen, weil sie ein Grundverständnis haben. Und dann reicht eine sehr kurze Botschaft, die dann das Gesamtbild erweitert. Und so kommunizieren wir in unserer Abteilung und das auch über die Abteilung hinaus. Und ich glaube, dass das die Art ist, wie es in Zukunft funktioniert. Der Bereich, der jetzt hier gerade im Video angeschnitten wurde, ist natürlich noch ein ganz kleiner. Statusupdates, Microblogs, mal schnell eine Mitteilung rausschicken an den Filialisten oder an das Team, macht lang noch keine komplette andere Kommunikation aus. Deswegen haben wir uns mit Reno zusammengesetzt und haben uns mal so einen Schulladen angeguckt. Wir möchten heute nicht mehr nur in einem grauen, kleinen Büro sitzen, in einer alltagsgrauen Welt, sondern wir möchten unsere Plätze verändern. Wir möchten einmal mit Kollegen zusammensitzen, weil wir gerade ein Projekt haben. Also wir möchten eigentlich den Arbeitsplatz wechseln. Wichtig dabei sind drei Sachen. Erstens, diese Elemente stehen immer in einem Gesamtzusammenhang. Sie können ein Modell der Vertrauensarbeitszeit nicht einführen, ohne auch an Führung zu arbeiten, ohne an Ergebnisorientierung zu arbeiten, um weg von einer Präsenzkultur zu kommen. Es geht nicht um Best Practices, sondern es geht um einen Best Fit. Es gibt keine Standardlösungen dafür in keinem Feld. Es muss immer zu Unternehmen, zur Kultur, zur Struktur, zum Geschäft etc. passen. Und das Dritte ist diese Zielgruppenorientierung. Desk Sharing wird wahrscheinlich nicht für alle Mitarbeiter in einem Unternehmen passen, Vertrauensarbeitszeit nicht. Also hier kommt es auch darauf an, zu welchen Jobs passt was und wo greife ich vielleicht lieber auf andere Modelle zurück. Auch interessant und wichtig, auch für den Erfolg bei uns ist eigentlich, dass auch die Führungskräfte keine fixen Arbeitsplätze haben, keine Büros haben. Das heißt, bis in die obersten Ebenen leben wir, dass auch wirklich so etwas von der Vorbildwirkung und von den Abstimmungsschleifen, die dadurch auch viel schneller sind, sehr, sehr positiv ist. Und wir haben wirklich versucht, so viele Mitarbeiter wie möglich, und wir haben alles sogar mehrmals erreicht, hier in dieser Phase einzubeziehen und so das Commitment so hoch wie möglich zu schaffen. Der Herr von IBM beim Riener Beispiele hat gesagt, es braucht Wahnsinnige in der Unternehmensgruppe oder im Unternehmen, die so etwas durchtragen wollen. In diesem Fall gibt es zwei Wahnsinnige, einer sitzt da unten, das ist der Gerald Hofbauer, der die SharePoint-Plattform technisch betreut und ein Motor ist, der zweite Wahnsinnige steht da heroben. Wir brauchen tatsächlich einen Motor, das passiert nicht von alleine, dass man einfach eine Social Media Enterprise 2.0-Plattform in der Firma einführt. Wir sitzen dahinter, wir stehen dahinter, etc., wir enebeln die ganze Sache und treiben die ganze Sache vorwärts. Wir connecten dann die HR-Abteilung, die Corporate Communication, den Betriebsrat und alle möglichen Leute und überzeugen die Leute, warum ist das wichtig, warum sollten wir das machen, welche Gefahren gibt es da, wie können wir die aber im Vorhinein durch Gespräche schon entsprechend abfedern, wenn da irgendwas passiert und wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten, ist schon wirklich notwendig. Aus unserer Sicht gibt es drei wichtige Punkte, die mitspielen bei der ganzen Umsetzung. Das eine ist die Kultur, die Unternehmenskultur, passt die dann zu dem Thema Social Media überhaupt irgendwie, es gibt die Prozesse, die wir entsprechend umsetzen müssen und der letzte Punkt ist die Technologie. Wenn man sich diese drei Dinge anschaut, diese drei sollten wir irgendwie auch in unserem Projekt adressieren, aber, und jetzt kommt das große aber, wenn Sie sich das anschauen, wenn Sie die Kultur nicht mithaben, dann können Sie die schönste Plattform haben und wenn Sie die schönsten Bilder haben und der einsamste Blogger auf dieser Welt sein, weil keiner Ihnen antwortet, wenn die Kultur nicht da ist. Und wenn die Prozesse nicht, auch wenn Sie können schöne Prozesse designen, Sie können es auch irgendwo im Internet abspeichern, sagen, okay, das ist der neue Prozess, wie wir das leben. Wenn die Kultur nicht mitspielt, hilft Ihnen das auch recht wenig. Es muss auch auf der SharePoint-Plattform und auf dieser Collaboration-Plattform ein wirklich gutes Search geben, damit Sie eben die Leute in der Unternehmensgruppe finden, die etwas zu ihrer Problemlösung beitragen können. Wir haben jetzt vor rund drei Monaten eine Tochter in Albanien gelauncht und in der Anfangsphase war die erste Frage, wer kommen wir uns albanisch? Und die Personalabteilung konnte es mit den Mitteln im SAP, was sie abgespeichert hatte, um Bewerberbögen, die irgendwo liegen, nicht beantworten, ad hoc eine Liste zu generieren, wer kann albanisch. Aber, wenn wir da jetzt unsere Leute dazu kriegen, ihre Profile ordentlich zu pflegen, wie sie es mittlerweile, wie sie es davor auf Xing gepflegt haben oder auf LinkedIn gepflegt haben schon, wenn wir sie dazu kriegen, sie hier einzukriegen, dann ist diese Beantwortung dieser Frage kein Problem mehr. Dann machen wir eine Suche, wer kann albanisch? Und ich habe dann fünf Mitarbeiter innerhalb von einer Stunde mal als Liste, der kommt nochmal in Frage für diese Problemstellung. Bottom-up ist natürlich immer wieder Schwerstarbeit. Der End-User, wer jetzt noch arbeitet, ist im Endeffekt sehr silo-orientiert, sehr passiv, hat seine Information in seiner Inbox, hortet die Information auch und tut sich schwer, die Information zu teilen. Es ist nach wie vor dieses hierarchische Prinzip, ich informiere die anderen, aber nur die ich kenne und lasse natürlich die Leute aus, die ich nicht kenne. Ziel wäre natürlich, jemanden zu haben oder User zu haben, die vielleicht etwas mehr connected sind, die vielleicht aktiver sind in der Zusammenarbeit, die offener mit den Informationen umgehen. Und dieser Weg ist natürlich ein etwas steinigerer Weg und das ist wirklich eine kulturelle Transformation, die wir machen müssen. Das heißt, wir müssen hier den End-User bei der Hand nehmen und ihm zeigen, wie man anders arbeitet. Und das geht sehr, sehr träge, sehr langsam. Ich kann das auch nicht erzwingen, sondern ich muss den Benefit den End-Usern zeigen, wie man dorthin kommt. Governance ist ein Thema, das sehr, sehr unterschätzt wird. Es definiert im Endeffekt die Spielregeln. Wer ist für was zuständig? Welche Rollen gibt es? Wie wird das gemanagt? Und zwar muss man diese Interaktion zwischen dem technischen System und den End-Usern konstant pflegen. Der Grund, warum man das konstant pflegen muss, ist ganz einfach, die End-User haben Bedürfnisse, sie lernen, sie kriegen was dazu. Da muss man teilweise auch wieder die Systeme anpassen. Durch eine System-Change haben wir im Endeffekt hier ein By-Product gebracht, und zwar das neue Erarbeiten für das Unternehmen. Der Betreff an der E-Mail ist wie die Beschriftung eines Umzugskartons. Was drin ist, sollte auch draufstehen. Du bist keine 24-Stunden-Tanke. Bestimme deine eigenen digitalen Öffnungszeiten. Entgrenzung, ja, Sie kennen das alle, Privat und Arbeit verschmilzt immer mehr. Und wir haben mit den Freelancern gesprochen, die jetzt wirklich auch in der Lage sind, ihren Arbeitsalltag zum Beispiel komplett selber zu bestimmen und wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt Arbeit und das ist privat. Die haben keine Grenzen mehr. Und das ist aber auch ein Stück weit ein Problem. Sie müssen sich wieder eigene Strukturen schaffen und wieder eigene Regeln setzen. Also ein Stück weit wieder eigene Hierarchien oder Netzstrukturen bauen, die sie ja eigentlich ganz bewusst vielleicht vorher losgeworden sind. Früher wurde das Leben um die Arbeit gestrickt, in Zukunft wird die Arbeit um das Leben gestrickt. Mit wem kommuniziere ich, mit welchem Kanal, auf die beste Art und Weise. Mit meinem Chef schreibe ich vielleicht E-Mails, aber mit meinem Kollegen direkt über Textmessage. Also einfach nochmal zu fragen, welcher ist der beste Kommunikationskanal, wer hat welche Vorlieben. Allein das vorher abzuklären, unterbindet schon ganz, ganz viele Missverständnisse und Barrieren, die da vielleicht auch kulturell gegeben, auch generationsgegeben da sind. Führen auf Distanz hatten wir auch vorher schon. Die Leute sind dezentral an verschiedenen Orten. Wie mache ich das? Ich habe viele verschiedene Menschen, die ich noch gar nie gesehen habe in meinem Team. Und hier haben wir die Situation, während meinem Projektmanager in einem Office in New York sitzt, arbeitet ich lokal an einer kleinen Dependance. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Wie kann ich mit so jemandem auch wirklich gut kommunizieren? Wie kann ich verstehen, was hat der für einen Humor? Wie riecht dieser Mensch? Wie tickt der? Wie direkt kann ich ihm E-Mailen? Was kann ich ihm für Kritik zurückgeben? Das ist eine extrem schwere Basis, um produktiv zu arbeiten. Und hier wieder unsere Empfehlung. Online ist Silber, offline ist Gold. Digitale Tools können kein persönliches Treffen ersetzen, aber sie bauen Brücken dorthin. Schau mir in die Augen, statt auf das Display. Der Anwesende ist immer wichtiger als der Abwesende. Wissen ist nicht immer, und zwar zu 80 Prozent nicht nutzbar. Das heißt, nur 20 Prozent des Wissens, das wir haben, können wir überhaupt nutzen in einer automatisierten Art. Und das hat uns jetzt dazu bewogen, ein bisschen auch einen Innovationsschub dahingehend zu machen, dass wir aus dieser programmatischen Welt, in der wir leben, jetzt in ein kognitives Zeitalter gehen, wo wir Systeme benötigen, die Wissen nicht nur dadurch verwendet und verwendbar macht, dass etwas programmiert ist. Das heißt, ich habe nicht nur Systeme, die programmiert sind von einem Menschen oder von mehreren Experten, um ein Problem zu lösen, sondern sogenannte kognitive Systeme, die darauf ausgelegt sind, selbst zu lernen, selbst so etwas wie denken. Und das ermöglicht mir, diese anderen 80 Prozent des Wissens überhaupt zu nutzen. Wir haben auch herausgearbeitet, dass die gesellschaftlichen Werte in solchen Systemen durchaus mitgelernt werden. Dadurch, dass es diese Kommunikation gibt zwischen der Maschine und den Menschen, dieses Mitlernen, dieses Evidenzen und durch dieses Lernen werden dann auch diese Werte mitgegeben und werden eigentlich auch menschliche Werte durchaus in solchen Systemen abgebildet. Und dass sogar neue Werte geschaffen werden. Wie schaffen wir es, mit dieser Verdoppelung, Vervierfachung, Verzehnfachung vom Wissen noch immer umzugehen? Und wie schaffen wir die Automatisierung unserer Maschinen, was wir die letzten 100 Jahre gemacht haben, wie schaffen wir jetzt, das Wissensmanagement zu automatisieren und mit diesem Wissen umzugehen? Weil er kann erstens natürliche Sprache verstehen, auch Formulierungen, die menschlich sind. Er schafft es, Antworten, mehrere Antworten zu finden und die auch in Relation zueinander zu stellen und diese auch zu bewerten. Wie hoch ist der Vertrauenslevel, dass diese Antwort korrekt ist? Und er schafft sich zu adaptieren und zu lernen. Dadurch, dass er mit Menschen interagiert und Feedback bekommt, lernt er noch weiter dazu. Und das rein auf Basis von umstrukturierten Daten. Bei unserer Generation sind diese drei Punkte, Geld, Status, Macht, auf einmal auf die letzten drei zurückgefallen. Punkt eins ist auf einmal dieses Purpose, etwas Sinnhaftiges zu tun. Eine Autorität ist für uns nicht eine Autorität, weil sie irgendwie Manager of sonst was heißt, sondern eine Autorität ist für die Generation YZ oder Digital Natives jemand, der Substanz oder Kompetenz beweisen kann, von dem man etwas lernen kann, mit dem man auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten kann. Wissen wird nicht mehr als Machtkapital gesehen, sondern auf einmal geteilt. Wenn ihr mit dieser Spezies der jungen, motivierten, gut ausgebildeten Generation YZ zu tun habt, seid offen. Geht mit denen auf Augenhöhe. Seid offen. Lasst euch auf diese jungen Leute ein. Lasst euch von denen auch mal belehren. Lasst euch ein. Baut Barrieren ab. Und habt keine Angst. Ohne wayne. Ohne wayne. Ohne, ich hab da. Ohne Hand- Monsieur. Ohne hab ich hab ja. Ohne hab ich keine Angst. Ohne Lou 1979-Jörg Kahl. Sieh das nicht. Ist gut verletzt. Die Rövolution, die Rövolution, die Rövolution.